Einen wunderschönen guten Tag Leute, willkommen zur nächsten Folge Legends 321 jetzt für alle Synchronisationsleute, die gerne auf beiden Bildschirmen gucken und zwar noch nicht, sind noch nicht drauf, wir warten nämlich gerade auf Logo und SK, die nämlich gerade den Server joinen wollten, also gerade die Aufnahme machen quasi, aber noch keiner ist drauf. Und damit willkommen, hallo. Ach hallo, du bist auch dabei? Sollen wir rauf gehen? Ich weiß nicht, gehen wir jetzt schon drauf, dann ist das schon Spiegelatt, die wir rum haben, lassen wir lieber noch warten, oder? Ja. Hast du schon das X gemacht in die Dingens? Okay, dann müssen die ja gleich raufkommen. Sobald die raufkommen, gehen wir auch drauf, weil ich hab keinen Bock Zeit zu verplempern. Ich will erst warten, bis die drauf sind. Ich drücke F5. Ich drücke auch F5. Ich drücke F5. Ja, warum machen die denn eh, also wir müssen die Sachen, wir müssen unsere Öfen nachgucken, danke an alle Kommentare, die wahrscheinlich gekommen sind, deswegen. Du bist ein Beruf, du hast die Eisen und du hast Gold drin vergessen. Oh, Opfer. Aber, also wir wollen halt unsere 15 Minuten Ingame-Zeit haben, circa. Gehen wir drauf jetzt? Ja, okay, wir gehen drauf. Okay. Wir gehen drauf. Oh Gott. Hi. Du bist da? Okay, wunderbar. Wunderbar. Kurz Sachen ablegen. Er left the game. Er left it wieder. Warum? Weiß ich nicht, warum left it der denn wieder? Hat Angst bekommen gerade vor uns. Oder war richtig, richtig Angst bekommen gerade vor uns. Merkst du das richtig? Das kann sein, ne? Ja, geil. Haben wir noch Lohnrouten? Ne, wir haben keine Lohnrouten. Ja, ja, doch. Haben wir, haben wir, haben wir. Hier, warte mal. Ne, auch da, drei, stimmt. Ja, ich, ich. Das Verzaubern sollte jetzt nämlich wieder gehen. Wo sind die, wo sind die Dings? Wo sind die Öfen? Äh, die Öfen sind hier, die sind hier, das sind die Öfen. Warte mal. Äh, Eisen ist weg. LOL. Hä? Die sind, er ist ja weg, die Sachen. Ja, super. Die hat sich irgendjemand gekrallt hier drin. Aber unsere Truhen haben die nicht gefunden. Gott sei Dank. Oh, fuck. Das ist jetzt ärgerlich. Ja, das war 40 Gold ungefähr. Aber das hatten wir ja nicht erfahren, sondern irgendjemand anders. Es wird kommt nicht rein, schreibt Logo. Ah, ja, super, okay. Ja, sollen wir erstmal versuchen nochmal die Schwerter. Ähm, ja, hol alles raus, was geht. Ähm. Woher kriegen wir am besten jetzt noch ein Level brauche ich. Ähm. Ich kann angeln gehen kurz. Ja, ich versuche mal in der Zeit ein Schwert nochmal zu bauen hier. Ja, ich gehe kurz angeln. Und wir hoffen nicht, ähm, weil die, die, die Schwerter haben ein bisschen rumgebackt. Man hat nämlich nur Haltbarkeit auf den Schwertern drauf bekommen und nichts anderes. Und das ist nicht so geil, ne? Ne, das ist schon ein bisschen doof. Ja, wir haben jetzt quasi wirklich tagelang gewartet. So auf, auf irgendeinen Moment, wo eben, äh, Monsieur, äh, guck mal, weiß es sogar noch vor. Oh, SK haben sogar einen Punkt verloren. SK ist drauf. SK ist drauf. Ja, ja, ich seh aber kein... Logo ist auch drauf. Ich seh aber kein Dings. Keine, äh... Glowstone. Sollen wir wieder zusammenbleiben, oder? Also... Ja, ja, ich bin am, ich bin am Spawn gerade. Also komm mal, komm mal zum Spawn. Wir müssen erst mal gucken, dass die gegen die kämpfen. Oder nicht? Wir müssen die halt finden. Die wollen im Zweifel in Neta rein. Also im Zweifel. Im Zweifel für den Angeklagten. Ba, 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 ba. SK left es schon wieder? Wat los? Leute, sollen wir auch einfach diskonecken? Hat Spielprobleme. Aber Logo ist noch drauf. Wo ist Logo? Die Frage ist, also wir haben die Videos ja nicht gesehen von anderen Leuten. Wir haben aber unser Leben nicht wiederbekommen, oder? Ähm, nee, noch nicht tatsächlich. Wir sollten unser Leben eigentlich wiederbekommen. Haben wir aber noch nicht bekommen. Leute, ich hab immer, wir sollen in der Mitte gucken. Ja genau, wir sollen hier irgendwas gucken. Aber wie kommen wir nicht ran? Wie soll man denn da rankommen? Es geht joint wieder. Ja, wie soll man da rankommen? Ja. Überfragen, ne? Angeklag funktioniert ja immer noch nicht. Ja, ich kann, ich kann mich da durchbacken. Warte mal. Ah. Warte. Ja, nee, komm, wir dürfen uns nicht mit Noten zukehren jetzt hier. Ja, keine Ahnung. So. Kannst du mal in eine Richtung gucken? Dann kann ich mich da versuchen. Aber die bekommt man eh nicht auf, weil da oben noch ein Dingens ist. Die kann man nicht aufbekommen, glaube ich. Ja, ja. Aber es geht bei denen so. Ja, es geht bei denen so. Das ist die Frage. Ja, alles, was logischerweise Bein hat. Oh, logischerweise. Hast du TNT? Ich habe TNT. Haben wir Feuerzeuge? Oder so? Ähm. Nö. Weil ich würde nämlich gucken ganz gerne. Wo ist das TNT drin? Hier ist das TNT drin. Hier ist das TNT drin. Ja, aber kein Feuerzeug, ne? Haben wir ein Eisen? Ich komme einfach in der Mitte an, du. Ja, ich will was versuchen. Ja. Wir haben ein Eisen und wir haben ein Flint. Haben wir auch vielleicht? Oh, na, hier ist ein Skelett. Du, 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 du. Flint, Flint, Flint haben wir nicht. Ich habe jetzt aber ein Level zusammen. Also, wir könnten verzaubern, so ein Dingens, wenn du willst. So ein Schwert. Scheiße, das tut mir voll leid, wegen der Kohle und dem Dingens. Ja. Ja, ich hole mir mal eben ein Flint. Ah, blöde Skelett. Blöde Skelett. Das ist ein Zombie, oh mein Gott, ich hatte gerade schon. Eski macht mir Angst. Ja, wollen die jetzt kämpfen, oder? Ja, ich weiß nicht. Glaubst du, das ist in der Hölle? Du wirkst ein bisschen gestresst. Naja, wie immer. Keine Ahnung. Ich bin dann immer verwirrt, weil ich mir denke, was machen wir jetzt? Ah, da ist ein Flint. So, jetzt habe ich ein Flint und ein Dingens. Warte mal kurz ein Feuerzeug. Kann auch ganz wichtig werden. Wir wollen einen Teampartner tauschen, okay. Ah, okay. Ah, ich kann hier auch nichts platzieren, oder wie? Oh, ja, stimmt ja. Ach, wie doof ich bin in meinem Leben. Kannst du nicht das eine TNT mit dem anderen TNT da hinspringen? Ja, das... Ja, f... Gute Frage. Es ist machbar, ne? Ja. Ja, wo sind die beiden? Ach, Mann, ey. Warum sind die Hörner? Nein, glaube ich nicht. Die Frage ist halt, inwiefern macht es jetzt Sinn, hier einfach rumzupimmeln und nichts zu machen? Wollen die stripmine? Was wollen die? Wir wollen halt nur angreifen. Wir wollen halt nur kämpfen eigentlich. Ach, Mann. Mehr wollen wir nicht. Ich glaube, die wollen selber Swip meinen. Ja, scheiße. Aber die haben halt drei Leben nur noch, ne? Ähm. Ja, die Frage ist halt, die könnte nicht überall sein. Ja, wo sind die nur, ist die Frage. Ja, wo sind die? Ich gehe ja mal ein bisschen rumgucken, okay? Also, ich gehe mal ganz kurz ein bisschen abseits. Da ist ne Werkbank. Musst ihr nehmen noch irgendwas? Hier ist soweit alles safe. Da ist so ne fucking Hexe. Ah, gegen die würde ich ganz gerne kämpfen, weil dann, oh, könnte mir im Zweifel auch einen Trank vielleicht bekommen von ihr oder so. Ich gehe in meine Höhle kurz, ganz kurz rein. Ja, okay. Ich komme auch wieder zurück zu dir gerade. Logischerweise. Logischerweise. Brauche ich mir nicht noch Glowstone. Mach ich mal kurz zu. Ich habe Glowstone. Acht Blöcke habe ich. Oh, das wusste ich nicht. Also Gott, da war ich auch. Achso, sonst wurde das, dass die hinter irgendwie noch Dingens sind. Hinter den Dingens und Strohballen. Wenn die nicht schon weg sind, sind die wahrscheinlich schon weg, ja. Aber zu Mini-Zombies da. Rüstung ist noch gut. Die Hölle ist sehr stark abgebaut. Hier sind überall Steine und so. Ja, klar. Hm. Das ist schade, Schokolade. Ja. Keine Ahnung. Versuche ich halt irgendwie was zu bauen. Ähm. Was versuchst du zu bauen? Ja, machen wir mal ein Schwert oder so. Ich wucke halt ein bisschen rum, wo die sein könnten. Ich brauche halt deine, ähm, Glowstone. Achso. Ja, bringe ich dir sofort. Zum Spawn. Ja. Ja, ist halt, ist halt, wir sind da gerade in der, in der Phase, wo wir einfach halt auch Leute bekloppen wollen. Und, äh, die Frage ist, wenn hier niemand ist, dann ist halt hier niemand. Es ist halt dann leider so in so einem PvP-Projekt, dass man eben auch angreifen will. Aber wenn der Gegner nicht will, dann haben wir eben ein Problem. Ja, leider. Ich brauche nur noch Essen, so, im Zweifel irgendwann einmal. Na, hast du, da ist das ja. Ich habe mich da rausgebrüfen. Versuchst du, irgendwie Level zu, ach, ich habe auch ein Level, ja. Ich habe drei Level. Wo ist denn der? Das ist aber echt ärgerlich mit dem, ähm, Gold. Ja, es ist richtig ärgerlich. Ich habe den vergessen, dann finden die die auch noch. Ja. Ja, zum Glück nicht unsere Truhen gefunden. Oh, das wäre übel. Also, wir waren zumindest nah dran, wer auch immer das war. Hm. Frage, woher wussten sie das? Ich wäre ja von Orandom geguckt oder so. Ja, dann hatten sie echt Glück. Aber wir wissen, dass hier Leute dann rumgeistern, ne? Das sowieso. Ich bin jetzt gerade wieder in der Fabo-Wüste. Aber Leute haben auch gefragt, woher wir das wussten mit Fabo, ne? Ja, das ist in der Konfi natürlich rumgegangen, der Tod von Fabo. Ähm, das ist nicht so besonders. Warum ist es hier hell? So, ich habe zwei Neta-Schwerte gemacht. Warum ist es hier hell? Und ich habe ein Neta-Schwert mit Schärfe 1. Gut, und das andere? Keine Ahnung, ich habe nur ein Level. Achso, ich habe vier Level. Ich komme mal zu dir wieder. Noch steht unser Verzauberungs-Tisch hier. Ja, Verzauberungs-Tisch haben wir natürlich. Wir sind also relativ gut gerüstet. Aber das Problem ist einfach, wenn keiner kämpfen will. Und das wollen sie allen anscheinend nach nicht. Aua, diese scheiß Bo-Spammer, ne? Ja, dann müssen wir auch nicht... Hast du eine sexy... Maxi... Was habe ich? Ähm... Dia-Spitzhacke dabei? Ja. Nein, eine sexy, sexy, Maxi-Dia-Spitzhacke habe ich dabei. Ja gut, man weiß nie, wozu man sie gebrauchen kann, ne? Gut, habe ich gesagt. Ja, wir müssen halt diese Truhe in der Mitte noch abbauen, dass wir halt irgendwie ganz cool werden, weil wir das schaffen könnten. Vielleicht ist es ja auch Gewolze von den Leuten, dass wir das irgendwie... So, ich bin... Ich komme mal zu dir erstmal. Hast du einen Bogen im Inventar? Ja. Ah, gut. Den kann ich auch noch verzaubern. Ja, ich wollte mir fragen, ob du meinen auch noch mitverzaubern hättest. Kann ich auch machen, ja. So, ich verzauber erst mal. Ich bin mal das Schwert erstmal. Äh, hier. Neterschwert, hüpfen hier und dann. Neterschwert Level 1. Eis und Bun habe ich drauf bekommen. Das ist richtig scheiße. Ähm, Bogen verzaubere ich auch nochmal. Level 1. Stärke, ist das gut? Dein Bogen? Ich habe noch eine Lohnroute, ne? Ja, ne, passt schon. Ist okay erstmal. Äh, Stärke, hier. Nice. Ja, wie wollen wir das machen? Warte, ich habe da irgendwo... Nimm das andere Eisenschwert mit. Ich werfe eins sonst. Ja. Das kannst du dir da. Weil Angeln gehen ja sowieso nicht. Deswegen, äh... Ja gut, wenn die jetzt wieder gehen, dann machen wir auch eine kurze Folge heute, oder wie? Ja, dann gehen wir jetzt auch. Ähm, hängen vielleicht gleich noch was dran, je nachdem, wie wir das halt so, ne? Mal gucken wir halt mal. Ja, ja, ja. Wir bauen das wieder kurz ab, ja. Ich baue das hier wieder ab. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal eine Sache probieren, ganz kurz, ob man irgendwie das schaffen kann, dass man, dass man hier so... Ich will, ich will es noch ganz gerne versuchen abzubauen irgendwie. Ja, ich habe auch Essen. Hast du noch, hast du noch, hast du noch Essen irgendwie? Irgendwas an Essen? Ja, habe ich hier was für dich. Ja, hier hinter dir. Danke, aber die Truhe kannst du halt auch nicht öffnen, aber du kannst sie öffnen, wenn du diesen Block... Ich muss an den, an den Holzblock rankommen. Guck mal da ran, an den, an den Holzblock. Da drunter. Hier, wo ich bin. Ja, ja. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich bin auf dem Weg, ja. Ja, hier. Ja, warte. Okay. Geh mal weg. Nee, nee. Nee, das Problem ist, du musst an diesen Holzblock rankommen, der da ist. Da kommt man gar nicht, gar nicht ran irgendwie, ne? Das ist alles nicht, das ist nicht möglich. Das kann man nicht machen. Du musst ja quasi davor, musst du das ja abbauen, aber du kannst ja nichts abbauen. Naja, wie sollen wir da am besten? Das geht halt gar nicht. Also mal, oder vielleicht so... Nee, kannst du auch nicht. Kommst du, kommst du keine Möglichkeit, da ranzukommen? Warte. Ah, komm schon. Nee. Nee. No chance for us. Ich kann halt nur versuchen... Komm, wir versuchen es mal mit dem Dingens-Trick hier. Ja. Pass auf, so. Ich mach jetzt... Kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Geht. Und dann hier eins hin, oder wie? Ah, geht er hier nicht dahin, ne? Ich müsste das ja quasi... Ich müsste das... Ich müsste das... Fuck. Warte. Kann ich das wieder abbauen, ja, ne? Kann man TNT abbauen, ja, ne? Da. Okay. So. Ich müsste hier ein CNC hin machen, und da ein CNC hin machen. Ich kann... Jetzt können wir auch eine Kanone bauen. Ja, ich bin... Ich bin auf dem Weg, eine Kanone zu bauen, eigentlich gerade. Ja. So. Und jetzt machen wir das so. Und jetzt... Geh weg. Komm, flieg da hin! Flieg da hin! Nein! Fuck! Fuck! Mann! Also, das klappt, ne? Wir hätten nicht versuchen... Wir hätten nicht versuchen... Ja, wir können's... Wir können's nochmal versuchen, weil... Ja, glaube ich, noch mehr TNC, wenn ich mich nicht erinnere. Wie kann man leicht eine TNT-Kanone bauen? Äh... Ja, oder wir grüßen das für die nächste Folge nach, TNT-Kanone. Ja, ich glaube, dafür brauchen wir aber Eisenblöcke. Ja, gut, das ist... Ja, gut. Ja, gut, hab ich gesagt. Okay. Dann packe ich meinen ganzen Stuff so der... Ich nehme allen Stuff wieder mit in mein Inventar, das wichtig ist, ne? So, dann loggen wir uns aus. Okay. Und die Pisser, die nicht mit uns kämpfen wollten, äh... War halt noch... Ja, gut, ich müsste mal... Ich hab nur... Du musst noch ein bisschen Sachen mit aufnehmen, Schatzi. Ich hab sonst nichts. Lassen wir es einfach drin, ja. Nein, nicht in den Tun lassen, den Stuff. Hat doch keiner gefunden, mein Jungen. Ja, trotzdem. Ich packe jetzt alles wieder rein, so, wunderbar. Ähm... Soll ich ernsthaft noch Sachen mitnehmen? Äh, ne, ich hab jetzt alle mitgenommen, aber es liegen ja ganz viele Stuff-Sachen draußen rum. Also im Prinzip... Müsste es, wäre halt ganz cool. So, so. Okay, wunderbar. Ich packe da nochmal Sachen rein, hier in die Tour. Ja, dann loggen wir uns aus. Sorry für die etwas, äh, ja, andere Folge. Wir haben mal ein paar Sachen probiert, aber wir müssen eben alles hochladen, was wir aufnehmen. Oh, ich hab den Kuchen zerstört, sorry. Ach, schade. Okay, Hounzer Ryan, bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut. Tschüss. Willkommen zurück zur Legend. Auf dem Server? Äh, nein, noch nicht. So, es sind vier Leute drauf. Ja. Verium, Weißweiß, und wir wollen alle töten. Ja, am besten alle. Mal gucken, ob es etwas bringt. Ob es was bringt. Wir müssen, ich muss Sachen wieder hier reinversch... Oh Gott, ich lagge noch so ultra gerade. Wie hart ich lagge gerade. Ich bin direkt geduckt. Okay, ich werfe ganz kurz Sachen hier rein. Da ist kein Platz mehr. Da ist kein Platz mehr, da ist kein Platz mehr drin. Hier noch Eier, da noch das rein. Hallöchen, Pupülchen. Da noch das rein, so wunderbar. Okay. Geduckt runter? Gut, dann, dann, ja, geduckt runter. Oh, ich lege gerade so ultra. Ja, sorry. Wir müssen halt spontan aufnehmen, um zu gucken, was so Sache ist. Noch sehe ich keine Namen. Ich habe meine beiden Schwerter, weil die andere nicht geht. Ja. Spiel, Spaß und Action. Soll ich sagen, am Spawn gibt es Kuchen oder so? Ja, Verium wollte doch kämpfen, oder nicht? Ja, meinte er. Ich will mein Feuerzeug auf die F-Taste packen, ganz kurz. Aber das letzte Mal, ähm, waren die in der Hölle am Kämpfen. Die sind wohl gerade noch in der Hölle, schätze ich mal. Meinst du? Ja. Oh, ich lege so gerade. Ist mir voll leid. Irgendwas stimmt gerade nicht bei mir, ey. Ja. Ah, wird schon im Kampf. Okay, sollen wir in die Hölle reingehen? Ja. Gemeinsam und nicht einsam. Komm. Okay. Oh Mann, ich bin, ich bin ein bisschen gerade nervös, ganz ehrlich jetzt. Okay. Hm. Das sind Wisserspiele. Also das letzte Mal weiß ich, waren sie am, in der Hölle, glaube ich, wo sie Cube und so getötet haben. Okay. Das haben sie ja dann erzählt. Ich sehe niemanden und ich weiß auch nicht genau. Ich sehe auch tatsächlich noch niemanden. Hä? Wo sind denn alle? Ja, schreckt doch keiner. Weil alle so Pisser, alle wollen nicht. Aber sie haben doch geschrieben, sie wollen. Sollen wir da rausgehen, oder was? Ja, ja. Mann, ey. Weißt du, wir wollen so aggressiv, offensiv drangehen, wenn Nache da einen halben Punkt dazubekommen? Irgendwie? So. Ja, keine Ahnung. Ja, wie er meint, er möchte. Ja, wo seid ihr? Sagt Tipp. Ja, wo seid ihr? Ja. Sagt Tipp. Er sucht ja, komm, such uns. Strand. Strand, ja komm, dann gehen wir Wüste, oder? Ja. Die ist hier, die ist da, dann, die Wüste. Ja, ja, ja. Nein, nicht wieder trennen. Ja, ja, ich bin gerade auf dem Weg da zu dir, ich sehe deinen Namen. Warte mal. Boah, ich, weißt du, so, man ist gerade noch am, am, am chillen, ja, hallo. Man ist gerade noch am chillen, einfach muss man aufnehmen, so unvorbereitet, er ist hell momentan. Strand. Wir müssen dir hier irgendwo sein. Strand, Strand, Strand. Ach, Minions. Ihr riecht's nach Strand. Ja, irgendwie schon, ne? Komm, wir gehen an the beach. An the beach. Alter, wie's. Boah, wie sich alles dreht bei mir. Aber man, das ist doch kein guter Kampf bei mir. Hab ich eigentlich Pfeile? Hab gar keine Pfeile, gut. Noch ein Eisenschwert. Den Verzauberungstisch hab ich dabei, scheiße. Ähm, ich seh aber keinen. Ich seh auch keinen. Wir können aber ein bisschen weiter durchgehen, vielleicht. Ach man. Oh, lächalig. Da ist diese Truhe. Ja, bleibt da weg von bloß. Hier sind Boote, hier sind Boote. Aber sonst ist hier, glaub ich, keiner. Ja, ja. Aber Boote. Ach man, ist doch lame so. Dann weißt du, oh man, ey. Die sagen immer, wirklich, die sagen dann so, ja, lass uns mal kämpfen und so. Sagen wir, ja, okay. Und die sagen, ja, okay, wir kommen auch. Oder kommen sie nicht. Tja. Ja. Ich glaube, wir sind einfach zu OP für alle. Für alle Menschen in dieser Welt. Dann gehen wir wieder. Dann hängen wir das einfach an die nächste Folge. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal nochmal mit. Komm mal nochmal mit. Wo bist du? Ich bin immer auch hier am Strand. Hier, andersrum, andersrum. Ey, geradeaus. Und hier geht auch noch Strand. Ja, trotzdem. Sorry, wir sind Mitte am Farm. Hä? Mitten. Mitten am Farm. Ja. Aber nicht Dings. Ja, wer hier wollte. Ja. Ja, sucht uns doch. Ja, Leute. Das ist Zeit. Ich habe keinen Bock auf den Kinderkamen hier. Ja, ja. Ja gut, dann war es das. Da ist eine Fackel. Ja. Das war es dann wohl, ne? Da ist es nun ein Zombie. Wir gehen mal wieder Richtung Spawn. Wir loggen uns halt wieder aus oder so. Keine Ahnung. Ja. Hängen wir noch dran an die andere Folge und gut ist. Warte, wollen wir das jetzt schreiben? Nö, wir gehen erst mal in die Mitte jetzt. Oh nein, hinter dir ist eine Spenne. Die habe ich auch gerade. Die habe ich mega erschrocken gerade. Da ist noch ein Skelett. Hier hat irgendjemand geschrieben, wurde Fabo ausgerüstet, als er mit Platte gelaufen ist. Irgendeine Druckplatte oder so. Da wurde Fabo automatisch equipped. Im Spawn ist kein Kuchen. Als ob die jetzt am Spawn sind. Dann sehen wir ja dann. Wir sind da jetzt auch. Oh Gott, die Spinne, ey. Hör auf, so laut zu sein, Spinne. Hä? Was, du das? Nee, das war ein Skelett. Ach, Mann, Leute. Ja, ey, ey, weißt du... Wir sind leckerer als ein Kuchen. Ja. Ja, schreib dir da ja irgendwie nochmal. Mann. Ja, gut. Dann gehen wir wieder offline, ne? Ja, aber einfach so ist ja auch. Warte. Ja. An uns liegt es ja nicht. Wir wollen ja kämpfen. Na gut, dann gehen wir wieder... Geh mal ins Haus rein. Geh mal oben wieder ein bisschen Sachen reinpacken. So, die aufgesammelt, die Sachen? Nee, ne? Ich würde die wichtigen Sachen noch im Inventar lassen. Ja, ja, ich muss die wieder rausholen. Ich hab die ja wieder reingetan, quasi. Also... Letzte... Möglichkeit, Virium. So, ich geh das da... Oh, doch. Perfekt. Das da drauf und... Deswegen hab ich mir diese Axt hier gemacht, weil die schnell zum abbauen ist. Kies kann weg, das kann rein. Es passt soweit. Okay. Ja gut. Ne, komm. Dann ist ausloggen. Dann sehen wir uns. Ja. Ja. Ist die Folge ein bisschen länger geworden. Keine Ahnung, wenn alle so pissig drauf sind. Und dann hauen sie wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Brauchst du hier Druckplatten? Was? Ja. Dann gehen wir wieder. Ich bin schon raus. Ja, ich auch. Das hängen wir an die Folge davor. Genau. Das hängen wir einfach da dran. Ja.